ASMR Entspann dich du fu***** Na dann wollen wir mal, Team 1 ist draußen Ich zieh jetzt bestimmt 3, 4 Stück davon Dann ist gut Ich fang mal klein an mit den Silberpacks Einfach damit ich die weg habe Die habe ich auch nur gemacht, damit ich 20 Packs habe halt Mal gucken Vielleicht ja direkt USA Dortmund Oha, ich bin reich Trost ercon Na das hat eigentlich irgendeinen guten Wert Nee Ohhhh Wie ist denn der nicht 72 geworden oder? Wegen Hechten und Wegen Reflexe, Alter So Hinten los 75er Plus Oh, da sind ja viele, Alter Ab geht da 75er Plus gönnen manchmal schon Heute glaube ich eher nicht Ähm Ohhhh Hinterecke Aber hier sieht der ohne Scheiß Der sieht normal aus eigentlich Komm Walkout Schade Manchmal klappt es ja Manchmal Manchmal Oh Doresi Doresi Nimm mal mit So, komm Meine Fresse Läuft aber doch, oder? Sieht das nur so aus? Ja, Spanien Linker Verteidiger Vermilchst du ein Geier Achso Hm Walkout kommt jetzt schon noch raus Irgendwann Aber nicht heute Komm Mach keine Faxen jetzt hier Ah Ah Äh Oh, Nübel Wild 84er sogar Ah Dem schon mal nicht Hinten Der Typ verfolgt mich, Alter Zweiter Anlauf Irgendwas Ja, 2,75er Komm Eine Leinwand kommt Das spüre ich aus den 2 Packs Das spüre ich Eine Leinwand kommt So Nice Dann muss ja die Leinwand Bald kommen Ja Das war sowieso normal Das ist keine Angst So, ich hab das ein Dings ist noch da Eine Leinwand kommt Dann kommt jetzt hier eine Leinwand raus Wenn ich das sage Dann ist das so Sonst schlag ich irgendwas zusammen heute noch Hm Naja knapp Wenigstens Wenigstens mal eine Nation die man kennt Komm irgendwie Was Gutes Irgendwas Den muss ich nicht mal spielen wollen Der muss einfach Oh Hä Was war denn das gerade für eine Animation War das bei dir auch gerade weg Die Seiten Oh nein Komm jetzt aber Ja Danke Läuft Läuft jetzt das durch oder Argentinen Stürmer Hey Oh Hier Dings hier Oh man Ikadi Ja Ja Mal gucken Vielleicht neben Mbap Mal Aber nicht in der Weekend League Der kommt aber auch mit den nächsten SPC Ja Aber der läuft wenigstens durch ne Portugal Tova Ja Paul Lopez Ja Nice Lopez Den wollte ich schon immer machen Mach doch mal was heute hier Ja Ähm 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 Ich liebe das Leben Oh Fabian Ah Das ist ein seltenes Megapack am Ende glaube ich Am Ende Damit man das Der Ende nochmal richtig schön in einen reindrücken kann Ähm Und drücken wir jetzt schon in einen rein Oh Merke Terminal mit nem Fresher Horror dabei Jetzt sind wenigstens auch ein paar mehr Spieler mal drin Das war jetzt alles nur so mit maximal vier Spielern oder so gefühlt Dann lieber einen davon als mehrere Ja Drei Packs nur noch Das war im Großen und Ganzen ziemlich scheiße Naja Ja Wenigstens ist mal ne Mal ne Animation schon mal da ist ja krass Alcaraz Mh Nice Ja Maximal 85 Alter 81 bis 85 Oh Hey Hä Da stand doch Leihspieler ne Ja Dann lieber doch nur ein Trigot Aber Okay seltenes Megapack am Ende ist Da kommt auch nichts raus Da wird maximal ein Leihspieler rauskommen So ein Scheiß Ähm Das ist Das sind die schönsten Packs meines Lebens Ginter Ich hab Ich hab Ich will die Augen zumachen aber ich sehe es gar nicht ein weil auf was soll ich mich hier hypen alter Auf was Auf was Na Digga auf Auf was soll ich mich hier hypen Das ist Vidal Das kann ich jetzt schon sagen dass das Vidal ist Ne das ist Oh Oh Um was mit A glaub ich Ja Ach ne Digga Wir sind knapp Wir sind ganz knapp Vorm Futurstar vorbei Komm 45k pack juckt nie rein jetzt Das sind Peanuts alter 30k hab ich noch Komm 45k pack wenn da was kommt Ja ist kein Walkout Ey läuft der nicht mal durch Er läuft nicht mal durch alter Torwart Perin Wir haben noch 30k Komm 25k pack rein da Haben wir noch 5k dann wenigstens Easy 5,9k haben wir jetzt noch 5,9k haben wir noch 5,9k haben wir noch Der läuft auch nicht durch Wild Den haben wir jetzt hier Rechtsverteidiger Oh der Markus 78er Mensch Nimmt man eigentlich mit Ja hier und da mal Kann man den schon mal spielen In der einen oder anderen Weekend League So Naja Packs kann ich mir jetzt gar nicht mehr kaufen Ne Ja Wir sind pleite Ehhh Ehhhh